wir sind gerade im sturm oder atmet ziemlich heftig in sein mikrofon ja ich höre es nämlich auch weil deswegen ist es nicht von mir das war keine absicht wo ich nach links ausgewicht und bin bist du wieder rübergekommen sicher das war auch keine absicht als glück ich kann hier abschließen was sollte ich noch mein auto doch ist mein auto ja ich muss ja durch trau du dich noch mal mit mir an ich habe ja das schon gemacht du bist mir genau auf das auto gerannt ich bin komplett um mich herum platziert dass ich niemals was hast du mich herum platziert jetzt kommen nicht mehr aus was hast du drumherum an die ich habe es mir nur was Ja. Oh Gott, was explodiert er gerade? Junge, die Busse haben einfach Ausweichautomatik Ausweichautomatik? Ja Steck mich aus Ich verstehe als du Ich höre über seine Minen Ich weiß, ich höre sie auch die ganze Zeit Trotzdem habe ich dich geholt mit zwei Schüssen Und das war nicht mein Kopfschuss Gibt es jetzt ein Abzeichen? Ja, bitte In Gold Drunter mache ich es nicht Nee Ich habe leider keinen Golden Ja, dann vergiss es Hast du meine Minen wegen Sog gejagt? Nö, ich habe nur dich getötet Oh, die sind immer noch da Kannst du reingehen Okay Kannst du drücken in den Kreis gehen Ich weiß nicht, warum die liegen Oh, da Ja, da, wo es Bomben macht jetzt Ich höre es nur noch Wiep, 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 wiep Wiep, wiep, wiep Boah, warten wir eigentlich ich habe ich bin schon so ihr seid eingeladen dann probieren wir es halt noch mal aber jetzt auch leicht wahrscheinlich alle zu blöd sind und das auf nicht auch für schwer auf die reihe kriegen oder auf normal da schreibt mal die linie dass dort länger bleibt dass sie schon wenn du schreibt wohl weil ich jetzt nicht schreiben kann erklärt nun du hier bist hier ist reihe bis zu langer bett verprügelt sind Es ist alles vorbei, ich bin Angst. Ein Wort von der uncle in Hongkong. Wir haben eine Verkaufnahme. Ihr Kondos wird gut sein, aber ich bin fertig. Ich bin so sorry. Ich dachte, wir können hier etwas bauen. Champagne, Miss Baker? Nein, Champagne. Ich kann es nicht glauben. Der Dase-Spa und Gym, close! Der Rage-Supplements! Ich habe eine Meditation-Nap! Still in Beta! Es ist eine Kalamität! Die Leijun, die wir gehen, sind nicht genau wie die Menschen. Das sind die Leijun. Das ist auch die Leijun. Ich habe meine Leijun. Aber ich habe meine Leijun. Ich habe nur noch ein paar Jahre gelesen, das ist nur das. So, probieren wir es aus. Die ist müde. möchte ein bisschen die hat der hat schon gekifft ja ganz rote augen dann zwar eine lange club nacht so doch jetzt nicht davon das dicke ding von der straße geschoben einfach die linie gewechselt hat sich gemacht na ja jetzt haben wir nämlich vier team leben hey wir können doppelt so oft sterben ist was fehlt oh tschuldigung und dann auf einmal die mission fällt zwar gar nicht gewollt wo bin ich hier also der ohne schaltdämpfer sollte jetzt vielleicht nicht schießen wenn das wirklich von das probleme also bei mir war es nicht weil ich habe mich gerade noch mal nachgeguckt das ist ein schaltdämpfer drauf jetzt ist aber auch hier vorne keine kamera mehr die kamera ist schon weg die kamera ist schon weg die habe ich ausgeschaltet die war dort gut hinten sind noch minimum vorne links ist noch eine kamera maus wenn ich das richtig sehe die frage ist wissen die schon einmal ausgeschaltet hat dahinten ist noch einer woher kenne ich denn die kameras auf der karte kamerazeichen ja dieses eckige kleine symbol mit sichtgegel ist so da ist wieder eine dauerung ich habe eine oben auf dem dach umgelegt da oben muss eine kamera sein die frage winken die dahinten da genau die habe ich auch irgendwie sie gehabt gerade voll verkackt wir machen alles ruhig und der neue verkackt wieder ja du hast du hast es verkackt alles seine schuld wo da fahr ich nach einer stadt rum mach alles gut wir machen dann eh nur technik müssen alles einprogrammieren für die für den tanz du schießt auf mich mein freund tanzschlampe tanz tanzschlampe tanz das die backen so die also die lecken quasi richtig die lecken die backen lecken ok gut ja die backen und lecken ja ja lecker essen nimm nimm die gläckte ich habe fast gar nichts mehr leben der hat nicht auf mich gezielt der typ der hat nicht auf mich gezielt und ich hatte auch nichts mehr leben da kommt immer noch ein heli sehr schön was wo denn der 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 scheiße war jetzt sollte mit allen waffen wir haben zwei leute jetzt drauf geschossen jetzt haben wir es zeigt mich wir müssen die meine helikopfer keine ahnung mal sehen ich vermute es auch mal ein paar feine kommen jetzt hier wir müssen doch jetzt mit dem heli haben wir nicht irgendwo ein hier sondern ein auto mit geschützt oder nicht oder aber noch mal ein heli hier auch ok will jemand noch mal im zweiten ja komm wir fahren mit dem auto ja wir haben keinen weiteren heli mehr ne ne wer hier irgendwo rum steht Kaffee oder so wäre schön warte 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 markus ich komme scheide auf war ja nur so ein war ja nur so ein gedank ja das ist genau das was ich meine ich sag ja ein auto mit den dings und geschützt wäre super ach du gott was da vor uns ja der heli ja mit helis die helis die helis die helis die helis die helis vor uns jetzt schon ganz vorne so leben der schießt gilt ja ist genau der der ist genau der allerdings in dem links im toten winkel dass ich nicht rankommen ich will weiter vorfahren und dann ab anhalten und eine rakete reinschießen wenn es schafft jetzt gibt es schützt ja klar ja du hast nur eine lebensanzeige ich kann ich auf ihn zugreifen abhauen leute steigt doch einfach in ein auto und fahrt weg warte 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 da kommt auch hier mein baby ist auch noch dahinten ja wir holen dich schon ab hier ist auch gar nichts mehr in autos auf der straße wahrscheinlich voll sperrung durchgegangen voll sperrung auf der a71 man hat aber gemerkt dass die mission auch leicht war die helis haben auf uns geschossen habe aber drei bis fünf kilometer neben uns gefallert deswegen hat sie mich die ganze zeit bum 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 gemacht weil die ganze raketen um uns herum geflogen ich weiß ich habe es gesehen ich habe mich aber auch gar nicht um die anderen hegis gekümmert sondern nur den einen versucht runter zu schießen und danach als der nämlich weg war sind die anderen nämlich auch explodiert ja ich gehe davon aus wenn die auch schwer geblieben wäre gewesen wäre dann wir haben ja fünf raketen tot ok macht das stehe ich drauf worauf stehst du das wollen wir gar nicht wissen zusammen geschlagen zu werden die mögen das die bieten dafür sehr sehr viel geld oder oben steht mein auto tschüssi so das wird wahrscheinlich die letzte mission davon gewesen sein wenn ich mal weiß ich jetzt sieht es sehr stylisch da oben aus ich habe gerade kino modus an jetzt sieht es sehr stylisch ich komme auch nicht raus aus dem modus gerade hahaha ja verrecke ich will nichts damit zu tun haben ich hab gar nichts gemacht ich hab nichts gemacht ich hab nichts gemacht wir hatten echt süßen zopf muss man schon sagen woher weißt du wie sein zopf aussieht das sieht man doch da oben drauf naja sein zopf abnächtigsten zopf anführungszeichen es kann sein dass die letzte war so wie es aussieht ja wenn ich wieder saufen oder die saufen auch irgendwann weil die mission geschafft ist und wir haben nochmal irgendwie was großes ist pf 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 wer von euch will das casino haben pf pf wir legen sie einfach alle um und dann wird nichts bis zu kriegen pf Ihr Servis. Was? Sicherheit ist etwas, was wir mehr als können zu handeln. Aber... Geben Sie Ihren Pass auf die Däcke. Ich verstehe. Ja, Herr. Das ist ein Privatsch, für alle Menschen. Danke, Vincente. Na, Sie haben alle ein Messino, um zu fahren. Aber nicht warten zu lange, bevor ich meine erste Karte in der Post. Ich hoffe, dass Sie alle sehen. Und Sie nehmen es. Oh. Oh. Die Freude, dass Sie amerikanisch gewohnt werden. Das ist nicht so, wie ich hoffe, dass es sich aussehen wird. Aber, ja. Wir sind immer noch los. Oh, ist Ihr Karte noch etwas wert? Zumindest... Ich habe etwas Arbeit zu tun. Sehr gut. Glücklich. So eine Arsch. 12.500. Na mein. Das hat nichts. Endlich. 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 Dann war es geschafft. Soll ich da jetzt die Playlist anmachen, oder? Kannst du machen, wenn du noch was Schönes hast, ja. Aber ich glaube, momentan ist tatsächlich der Deadline-Modus, der doppelte AP und Geld kippt. Ja, aber willst du jetzt die ganze Zeit Deadline-Modus spielen? Mir ist es lust. Und wie gesagt, Faden war eine Sache, was wir gerade in dem Moment im Angebot sind. Hast du Extend-Möder noch da geschmissen? Ah, das war ich. Warum machst du sowas? Ich frag ja alle. Was wollen wir jetzt machen? Scheiße. Doch, einen habe ich noch erwischt. Den Umweltverschmutzer, den habe ich noch erwischt hier. Schmeiß noch was... Das sind gerade alle hingeworfen. Als ob das keine Umweltverschmutzung ist. Na, die explodiert und dann ist sie weg. Nee. Du Schein-Heidegger. War gar nix. Alter, ich hab grad 500.000 gekriegt. 500.000? Ich habe 1. April. Das ist, glaube ich, der Donnerstag. Gibt es wieder, glaube ich, eine Million oder so. Und dann immer, glaube ich, zum Monatsanfang, bis das Spiel auf der PS5 erscheint. Nee, es war schon. Nein. Nein. Nein, der Bester. Ja, ich hab mich halt auch gerade ein Späcker angerufen. Eine Frage ist nochmal ein Dankeschön von mir. Erstenssicht auch nicht, ne? Also was jetzt sollte ich die Pläne ist dann noch ein Jahr. Nein, vielleicht. Ja, alles gut. Okay. Das war ja sehr komisch. Explodiert bis jetzt nix. Nee, das war die erste Granate, die hochgegangen ist. Die kam aber nicht von mir. Meine ist ja direkt im Pool gelandet. Ach so, deine braunen Granaten landen im Pool das auch schon. Ja. Aber wo muss es ja los werden? Das sind so diese, wie heißt das, diese Duftbomben oder Badebomben? Braune Badebomben. Soll ich euch einmal Geld schulden? Ja. So, ihr seid eingeladen? Ja.